Ich frage mich gerade, wer ist der Ingenius da? Da ist alles in die Luft gegangen, vorhin. Ja, ja, ist gleich vorbei mit ihm. Ja, der muss ja hier nochmal vorbeikommen, ne? Nein, wieso funktioniert das nicht? Willst du mich verarschen? Ach komm, das ist doch lächerlich jetzt. Ach, das ist doch jetzt echt lächerlich. Nach unten drücken, war Mine auslösen, oder? Oder wie war das? Nach rechts, okay. Mann, wieso funktioniert das nicht? Bei mir geht das nicht. Mann, ey, ist das eine Scheiße. Ich weiß nicht, schmeißt die Mine und nichts passiert. Wieso geht denn da nichts? Nach links muss sie drücken, na super. Kleine Pisser, ey. Ich habe da gerade einen kleinen Atompilz gehört. War das bei dir in der Nähe? Jetzt habe ich natürlich nichts mehr, ne? Ah, doch, habe ich noch. Aber ich kriege ihn nicht mehr. Mann, fuck. Mann! Mann! Oh Ach, Quatsch, wo ist der denn? Mann, ey! Piss hat er. Ach, Gott, wollt ihr wissen, wo ich bin? Nee. Ich laufe jetzt. Klar, Kass, weil du kannst es dir ja mal anschauen, wo ich bin. Komm, ich bin alle mal am Arschlecken. Ja, du auch. Du auch. Wer mal das ist, wer ist denn das? Tree like a wind. Musste mal gesagt werden. Also ich bin oben, ne? Ja. Also oben am Ende der Map. Okay. Und ich schaue, warte, das muss ich noch machen, ich will in den Sonnenuntergang gucken. Von einem Hügel aus. Ich fahr gerade hier über die Brücke unten, der Paint Shop ist da, rechts davon. Wenn du Zeit hast, wenn du Zeit hast, dann schau einfach noch auf mich. Ich schau mal, ob ich mich ins Gras setzen kann. Leider nicht. Ach ja, der Sonnenuntergang. Ach ja. Der Sonnenuntergang. Ach ja. Der Sonnenuntergang. Ach ja. Das ist nur Ablenkung. Nee, ich bin sehr romantisch. Darf ich mit zugucken? Klar, Sonnenuntergang darf bestimmt jeder bei dem zu. Ja, ja, ich war oben am Ende der Map, da dachte ich mir, komm, gehst du mal zum Sonnenuntergang, das ist schön, das ist lustig. Da sind wir dabei, das ist prima. Prima. Viva Veronika. Ich gucke schon mit dem den Sonnenuntergang. Die prügeln sich jetzt schon da. Der mit dir den Sonnenuntergang gucken darf. Crazy. Das ist ein Radrennen. Fahrräder. Ich glaube, was ich heute fresse, ist nicht immer normal. Ich denke halt, weiße, der Scheiß muss weg. Mh, Socke. Ein Pika-Pi-Ern-Karou-Socken. Mh, BMI. Socke ist wieder bereit. Mh, mh. Sniper versus Auto. Ja, müssen wir gleich machen. Wenn wir das finden. Weißt du, wo Sniper versus Auto ist? Mh, super. Mh, na, super. Mh, Mann! Chips, mh. Sag mir dann einfach, wenn du mir zuschauen kannst, ey. Ja, ja. Mann, nein! Och, komm! Ich hab ne Idee, wo ich hinfahre. Das ist jetzt aber so. Ja, das ist doch so. Hallo? Was war das denn, bitte? Oh, die Musik, die geben wir jetzt mal aber voll auf den Sender, ey. Alter, meine Fresse. Rebel Radio, viel besser. Ich fahr dem Typen an der Ampel mit'n Bike über'n Fuß. Ich fahr dem Typen an der Ampel mit'n Bike über'n Fuß. Och, Mann! schon wieder weihnachten scheißegal weihnachten geschneit und ich habe das lied gesungen ja danke geht er online ich weiß dass ich in die falsche richtung gefahrt es ist mir aber im grunde mal scheißegal mann lang jetzt hallo wollte mich veräppeln lasst sascha gewinnen der soll mir lange so lange wie möglich zuschauen kann ja ich muss erst mal jeweilig muss erst mal hier weiterkommen der ingenius ist ja schon wieder da auf platz eins ist ja 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 ich habe die strecken erinnung und auswendig anscheinend hat kein leben ja was wieder hier lang wieso warum das so muss ich um das haustreiber rumfahren ja ich weiß dass ich in die falsche richtung fahre geben bitte hör auf wieso springt er nicht schrecklich ja ja toll so hätte ich das auge kommt du bist ja echt ein held ich frage mich ja ob ich es bei einem rennen schaffen würde mit einem also mit einem motocross auf den berg chilea drauf zu zu wenig speed ja ich hab's gerade gemerkt ich werde noch letzter wenn es so weiter geht du wirst nicht glöpfen socke die olle sau ehrlich socke mach fertig du alle sau mann mach fertig socke scheiße ich habe ein stück käse war den essig jetzt durch käse ich mache warum warum das was 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 denn ja gewickt mit dem auto man ist ja jetzt käse mal gucken wie sehr ich mein ausdauer level schon trainiert hat fast aufs erste level man warum denn man auf die bierne so bämm geschieht recht scheiß spiel man das glaube ich jetzt nicht das glaube ich jetzt nicht die aus dem weg ich muss zum sonnenuntergang ich muss es schaffen die stimmung steht schon tief jetzt ist glaube ich fünf uhr ich werde 6 uhr wenn ich mich nicht irre oder geht die sonne gerade auf mal gucken das ist 6 uhr du hast den falschen mann sache ja ich habe keine ahnung warum ich weiß es nicht irgendwie hat er den angezogen ich war doch schon so gut wieder drüben du scheiß spiel mann die sven und sniper vs k ist cool ja müssen wir gleich mal gucken wenn wir das finden machen wir das noch ich bin gerade wieder bei der militärbasis nur so zur hinvor ja jesus jesus kreuz ihr könnt euch vorstellen wie weit das ist mann dieses scheiß kack spiel das mit dem komischen fahrrad und jetzt spielt hier so eine japano mucke kaba jojo hat das spiel verlassen ja verzieh dich ja 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 nein du scheiß kack spiel ich hasse dich mann ach komm was war das denn das lustige ist das gibt mir nur Zeit weiter zu fahren boah ich bin jetzt level 4 schon oh level 4 die fahrrad hoch springen müssen wo ist denn dieses wo findet man denn dieses sniper äh auto vs sniper wo sollen wo sollen das sein oder bei spiel oder ist das ein offizielles von rockstar okay quack biggest ramp part 1 mhm ein genius hat das spiel verlassen und gott sei dank sportwagen sorry das war ich nicht das war meine katze mhm hätte ich jetzt auch gesagt erzähl noch mehr von sonst erzähl noch mehr von zu hause so hey socke socke ist wieder soweit tiit 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 komm komm die scheiße gewinne ich sag mal du kack auto würdest du vielleicht besser starten genau da hat man ein bisschen anstand oder muss ich dich erziehen wo na so war ich soll anstand haben warum wieso anstand was habe ich ihm gesagt das gewünscht ach so was so das sei denn das war ja nicht an mich erzielen angeblich eine Katze ich bin sehr formbar formbar oh 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 ich bin ein großer berg knete play doh play doh play doh knete er hatte glaube ich play doh knete gehabt ne damals oder und dann hat die immer so gestunken mit meinen finger das war voll geil ja da war man voll süchtig nach nach diesem geruch der play doh knete du kannst ja gerne mal versuchen ob du mich erziehen kannst mal schauen klang kasper dir geht es glaube ich nicht so gut kann das sein wieso auf der straße wir fahren nur die ganze zeit auf der straße oder ist sehe ich hier was an oder sehe ich was anderes wie ihr ich bin an den baum ran gefahren mit ihnen hat es an den berg ran geklatscht was ist das denn wow ja aber davor hat es sicher einen berg geklatscht ja toll hier ist ein baum da ist aber eine schicke straße hier eine allee alleee 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 ja ich lese gleich die kompens ich muss wenn ich sauer werde ist das nicht lustig freundchen also hast du zu hören ok ok wartet damit ich das richtig verstehe süchtig nach äh play doh knete geruch fragezeichen ja ne ich nicht ich nicht ich nicht wo fahr ich denn hin wo fahr ich denn hin ja geh sterben ich hätte erster werden können ich dummer trottel wo fahr ich denn hin um Gottes willen ja die hat so salzig gerochen diese diese zeit gerochen ja ja diese aroma salziger lösung salziger lösung salziger lösung da wird da Sascha ganz wuschig bei den gerufen heuer wuschig werde ich wuschig ich hätte den scheiß gewinnen können ich glaub es nicht ich hätte den scheiß gewinnen können oh mein Gott halbe stunde noch kinders halbe stunde noch kinders alle du bist du und dann hört der Sascha auf dann zieht er sich zurück dagegen in ruhestand bei wem fährt der krankenwagen vorbei bei mir nicht bei mir auch nicht noch nicht was omg was omg was omg was ja was riecht nach salz die knete playdoh playdoh ich kenne auch Leute die die gegessen haben aber die du ich hab die nicht zu meinen Freunden gezählt die waren so ein bissl ähm anders anders im Kopf ich hab knete gegessen ja guck mal Daniel Kuchen ja sag ich den kannst du aber auch alleine fressen den hast du alleine gemacht den kannst du auch alleine fressen so ja ja häng hier schon wie ein wie steven hawking häng ich mich an meinem Stuhl äh 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 ich hoffe das ist endlich naja danach streame ich ja weißt du ja genau weil ich häng dann noch so hier im Stuhl dann so äh kann nicht mehr du kannst ihn nur über den Computer verständigen äh playstation gaystation bitte aushalten gaystation gaystation aktivieren aktivieren gaystation du kannst so eine riesen Dylan aus dem Controller rausgefahren äh äh Sascha, wir haben es noch nicht 22 Uhr ich weiß tschuldigung es ist Käpt'n, wir sinken die Niveau sinkt haltet das UDA wir haben das Niveau verloren habt ihr schonmal unter der Couch nachgeschaut was war das denn oder ist irgendwas erfuhlert das Niveau fliegt heute tief Das Niveau sinkt. Ich glaube, das wäre ein bisschen überzogen, mein Freak. Ja, 48 Stunden. 48 Stunden anruhen. Käpt'n Niveau, wir sinken. Wann sollten wir an Fahrt gewinnen? Bei mir ist gestanden, dass du das Spiel verlassen hast, Sascha. Ja, ist ja eh Dings, ne? Ist ja eh zurück zur Lobby. Nein! Oder zum Öffentlichen. Ich seh dich, ich seh dich, ich seh dich, ich seh dich. Ich seh dich. Käpt'n Niveau will sinken. Käpt'n. Käpt'n, mein Käpt'n. Käpt'n, mein Käpt'n. Interaktionsmenü. Ich schalte hier lauter kackefrei gerade. Terminator, ich bin dabei. Bin voll dabei. Genau wie ihr auch alle. Weiß denn was ist da? Weiß denn was ist da? Shelly ist da. Äh, Klandine ist da. Lohre Cup, Lexchen ist da. Ne, Meister, Trophine ist da. Kopp, 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 Kopp. Ich muss jetzt erstmal mein Geld einzahlen. Das ist jetzt äh, viel, viel wichtiger. Ach, bin ich froh für den äh, Mute-Button am Mikro. So, wo seid'n hier? Ich will ja nicht, dass Anna böse wird, weißt du? Seid ihr in der Lobby? Mh, ne seid aber nicht bei mir in der Lobby. Ne. Äh, ich hab grad irgendwem das, äh, das Auto geklaut. Muss sein. Ich tritt grad erstmal die Bäume. Die scheiß äh, Birken, Birkenbäume. Verdammt, Birkenbäume, die machen immer allergisch. Äh, die Birkenbäume. Die Birkenbäume. Birkenbäume. Seideboche. Birkenbäume, Seideboche. Das, äh, Dantas heißt das Spiel. Ja, und wo finden wir das? Warte mal, ich schau mal eben bei den, äh, wo war das denn online? Und dann, Spielelisten, ne? Guckst du? Was war schwul? Ich könnte doch nicht erstmal wissen auf dich. Dein Satz? Also der. Ein Schiff hat die jetzt lustig, ein Schiff hat die jetzt nicht. Sniper, was ist Dantas? Tja, wofür nur das? died! Ich guck gerade mal, wo er noch ist, ne? Oh, es läuft auch noch Elvis, sehr gut! Im Social Club findet man Sniper vs. Stunters, ok. Willkommen zurück, mit noch mehr Käse nehm ich an! Muss man da auf die Webseite gehen oder was? So, Tia, Club, oh Gott, wird es denn da mal E-Mail holen? Äh, anmelden? Oh Gott, mit Playstation Network. Ja, ja, möchte ich anmelden. Dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad viel Prozent wo finde ich das denn jetzt bei Online Events Neuigkeiten Spiele Cruise wo gehe ich denn da hin Spiele ja Aktivitäten Spiels 4, ja, habe ich ja so was reinig herum und dann bin ich geschrieben Spiele ja Gott, kann ich beliebig, oh Gott nein, 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 nein Gott verdammt verkackter kacke wie gott da muss ich zu die operationen werden das klingt ja auch schon wieder vielversprechend das ist das ist sehr geil das ist sehr toll perfekt war okay wenn ich jetzt hin mit nitro zirkustur wie ist das jetzt das hieß sniper versus dann kann man ja auch suchen irgendwie so heute liebe ich suche mal sind ja so ein klick hast du dann ist beliebig erstellt beliebig ich wollen uns da gespielt datum erst mal pimpeln erst mal pimpeln bis zum nächsten Mal